Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Weiter geht es. Macht den kaum Schaden. Feuer! Das bringt jetzt noch nichts. Nö. Ab nach unten. Da muss ich glaube ich zuerst hin. Da muss ich glaube ich. Na, wo führt das hier hin? Das Biest, du bist im Weg ein bisschen Öffne dich, Tür Besser Besser, ah, wieso Tür? Das ist eher eine Kiste Und der Grundkanal Und zurück, würde ich sagen Haha, Abkürzung Öffne dich Ich würde sagen, mach kaputt Und weiter Hi Na, was ist drin? Blitzgargummi Ultima Gummi Sachen, die ich brauche So Hm, jetzt bin ich drüben Auf nach oben Hi Haha Na, und was bewegt sich das jetzt? Etwas hat sich geöffnet Wahrscheinlich der Eingang Oh, ich bin drüben Und auf zurück! Wir müssen ja Rico hinterherkommen. Nein, nicht da rein. Ab nach oben wieder! Ah! Ha! Die Tür... Das Tor ist offen! Was hat die jetzt vor? Oh, Purest of Hearts! Reveal to me the keyhole! Ja, und wie jetzt geht es bei mir weiter? Was? Bist du bereit für sie? Was soll das? Ja, Riku. Die Schmerzen kann meine Körper zerstören, aber es kann nicht auf meine Herz. Mein Herz bleibt mit meinen Freunden. Es wird niemals sterben! Ja, wirklich? Ja, wir sehen uns über das. Ich bin nicht auf die Schmerzen. Ich bin nicht auf die Schmerzen. Ich bin nicht auf die Schmerzen. Aber ich werde nicht auf die Schmerzen, weil er ist ein meiner besten Freund, nachdem wir uns zusammengekommen. Ich bin nicht auf die Schmerzen. Ich denke, du bist mit uns, Sora. Vielen Dank, Donald Goofy. Wie kämpfst du ohne eine Wehpon? Ich weiß, dass ich nicht die Keyblade brauche. Ich habe eine bessere Wehpon. Mein Herz! Ihr Herz? Wie gut diese wehre, kleine Sache wird dir für dich? Auch wenn mein Herz sei schwer, ist es nicht alleine. Es hat sich mit jeder neuen Erfahrung entwickelt, und es hat eine Zuhause gefunden, mit all den Freunde, die ich gemacht habe. Ich habe eine Teil ihrer Herz, wie sie mir geworden sind. Und wenn sie mich jetzt und dann vergessen, wenn sie mich nicht vergessen, dann unsere Herz werden wir eins. Ich brauche keine Wehpon. Meine Freunde sind meine Macht. Haha, ich habe es wieder. Du hast doch keine Chance. Du hast doch keine Chance. Geh näfft! Haha, getroffen. Na, was willst du machen jetzt, Riku? Ja, die weiße Triothek erlernt. Goofy wird. Spiel ist ausgetauscht, weil das Spiel ist verdammt stark. Vier Ausbildungen sind zu sehen. Mhm. Ab in die Bibliothek. Ich weiß, dass da ein Speicherpunkt ist. Ha, hier ist die A-Reihe. Ein Buch fehlt. Das gehört wahrscheinlich hierhin, das Buch, was ich gefunden habe. Und da ist ein Buch, das ist ja gar nicht hingehört. Das sieht man doch schon direkt. Ich speichere. Denn... Das macht jetzt mal ein bisschen Sinn, wieder mal. Ich denke gerade, dass ich da nicht mal gespeichert gehabt habe. Ich komme voran. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen... Okay, daran muss ich denken, dass ich das da wieder einsammle. Das ist ein merkwürdiger Move. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und... Bis zum nächsten Part. Others haben damit zu tun. Und ich würderage das nicht mal keinen崩 근al doses sein. Da Parker, wooki steht. Scheiße. Vielen Dank.